Ich lerne Deutsch. Nummer 15.064 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach dem Einkauf fülle ich mein Wechselgeld in einen Glasbehälter. Nach dem Einkauf fülle ich mein Wechselgeld in einen Glasbehälter. Du solltest diese Gelegenheit nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Du solltest diese Gelegenheit nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich bin in der Lage, meine Ziele zu erreichen. Ich bin in der Lage, meine Ziele zu erreichen. Als Schriftsteller ist er wirklich talentiert. Er hat ein natürliches Geschick und großes Können im Schreiben von Texten oder Büchern. Träume sind wie Fenster in eine andere Welt, die wir nachts besuchen können. Träume sind wie Fenster in eine andere Welt, die wir nachts besuchen können. Dieser Apfel stammt vom Apfelbaum in unserem Garten. Der Unterschied zwischen einem Hobby und einer Leidenschaft liegt oft in der Zeit. Zeit und Hingabe, die man investiert. Der Unterschied zwischen einem Hobby und einer Leidenschaft liegt oft in der Zeit und Hingabe, die man investiert. Der Unterschied zwischen einem Hobby und einer Leidenschaft liegt oft in der Zeit und Hingabe, die man investiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. , Name ist den Kanal zu, die du hier correction bist. нам wird nicht mehr Er Kaufvertrauen bringen. Vielen Dank.